Die Front in breiter Formation ist bis zur Linie Lichtenberg-Marzdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleiben im Raum, Keiter, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das ist ein Befehl, das ist ein Befehl, das ist ein Befehl, das ist ein Befehl. Der Angriff Steiner hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nicht zweit als ein Haufen niederzweißiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben sind. Die Stätzung Feiglinge! Verreiz ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist doch ein Schmutz des deutschen Volkes! Sie ist nur ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Krabbel hält! Jahrelang ist das Militärmalaraktion nur behindert! Es hat mich gegen nur als bestätigen Widerstand in den Weg geleckt! Ich hätte gut daran getan, um Jahre alle Hörnoffiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie, und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! und die Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, erfen Sie sich bewaltig! Eher jaglich wie eine Kugel durch den Kopf! Lohen Sie mal Sie mal! Lohen Sie mal Sie mal!